Ein neues Blatt im Katalog, ein neuer Wagen. Er ist das jüngste in der Familie der vielen Modelle des VEB Sachsenring, Automobilwerke Zwickau, die in der Welt bereits einen guten Ruf haben. Ihre ganze Liebe und ihre langjährige Erfahrung haben ihm die Konstrukteure geschenkt. Die modernsten Erkenntnisse der Technik standen Pate beim neuen Kleinwagen, Trabant. Der Trabant sei innen größer als außen, sagt man. Den Vordersitz klappen wir zweimal zurück und schon können wir einsteigen. Aber nur vier Erwachsene. Angenehm ist der Lauf des Motors. Luftgekühlt mit zwei Zylindern, 500 Kubikzentimetern und 18 PS schafft er mühelos 90. Als Reisedurchschnitt 80 Stundenkilometer. Ein Druck auf die Taste und der Kofferraum ist entriegelt. Das ist der Kofferraum, den sich die Campingfreunde schon immer gewünscht haben. Auch Werkzeug ist reichlich vorhanden. Und was mag das sein? Sie werden es nicht erraten. Was sich da durch die Walzen quälte und gleich den Druck der schweren Presse zu spüren bekommen wird, ist ein Teil der spiegelglatten Außenhaut unserer formschönen, schnittigen Limousine. Duroplast Karosseriebaustoff ist tausendfach erprobt unter allen klimatischen Verhältnissen. Duroplast hat sich glänzend bewährt und ist unverwüstlich. Einen Rahmen werden sie vergeblich suchen. Seine Aufgaben hat die mit dem Stahlgerippe verschweißte Bodentragplatte übernommen. Sie besitzt ein nur geringes Eigengewicht, jedoch eine hohe Stabilität. Die Sachsenring-Automobilbauer verrichten eine solide und sehr sorgfältige Arbeit. Sie verstehen es, den guten Ruf ihres Werkes in der Welt zu wahren. Auch das selbsttragende Stahlgerippe besitzt ein geringes Eigengewicht und eine hohe Stabilität. Es ist beplankt mit Duroplast-Pressstoffteilen. Die Duroplast-Teile sind mit dem Stahlblechgerippe harmonisch verbunden. Aber auch das äußere Gewand ihres Wagens wird nicht vernachlässigt. Die junge Frau bevorzugt weinrot, grün die Freundin und ein dezentes Blau das gesetztere Alter. Alle ihre Wünsche werden weitgehend berücksichtigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer ein Autor hat, möchte nicht nur gesehen werden, er will auch selbst gut sehen. Diesem Wunsche kommt die bewährte Vollsichtscheibe des Trabantes in weitem Maße entgegen. Unbekümmert sollen die Damen in hellen Kleidern durch den Frühling fahren. Kein aufkommendes Gewitter, kein einziger Spritzer darf ihre Freude trüben. Somit ist alles bereit zur Fertigmontage. Eine Neuerung aber soll noch einmal ihre besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Die Befestigung der Achsen. Die Hinterachse wird durch angeschraubte Dreiecklenker, die Vorderachse zusammen mit Querblattfeder, Triebwerkblock und Lenkung, der sogenannte Fahrschemel, durch zwei Flansche am Plattformrahmen befestigt. Mit diesem Motor können Sie getrost in die Berge fahren. Mit seinem Vierganggetriebe schafft der Trabant Steigungen bis zu 32%. Übrigens, auch der Kraftstoffverbrauch ist äußerst niedrig. Er beträgt auf 100 Kilometer 6 bis 7 Liter. Das formschöne Lenkrad zeichnet sich durch besondere Unfallsicherheit aus. Und jetzt werden auch Sie noch liebevoll Ihre Hand anlegen, ihn auf Hochglanz polieren, ihn fertig machen zur ersten Ausfahrt. Und nun, gute Fahrt! Bald wird der Trabant nicht nur auf den Straßen unserer Republik, sondern auch auf den Straßen anderer Länder zu sehen sein. Denn die Zwickauer Automobilbauer haben die Serienproduktion bereits aufgenommen. Doch jetzt muss er erst einmal beweisen, was er zu leisten vermag. Der Trabant ist wendig im Straßenverkehr, ausdauernd und zuverlässig. Was ihn besonders auszeichnet, das ist seine Anzugsfreude. Ausgezeichnet gefedert und weich gepolstert ist auch eine gelegentliche Fahrt durch unebenes Gelände nicht beschwerlich. Hoppla, solche Wege werden Sie wahrscheinlich mit Ihrem Wagen nicht fahren. Aber er verdaut Sie, Sie haben es gesehen. Eine lange Lebensdauer, geringe Unterhaltungskosten und eine einfache Wartung sind weitere Vorteile des neuen Kleinwagens. Nun, wie wär's?